herzlich willkommen zurück wie versprochen fangen wir jetzt in dieser runde an das kleine flugzeug das erkundungsflugzeug zu bauen es wird nicht hübsch aber es soll ja auch erst mal seinen zweck erfüllen und dann schauen wir einfach mal ein großes stahlrohr schon mal ein bisschen produzieren hier so motor machen wir erst mal rüber wo haben wir das große stahlrohr die habe ich noch drüben wahrscheinlich dann können wir auch gleich mal die boje zerlegen und den reaktor und drüben hin bauen ich würde sagen damit kann ich eigentlich noch ein bisschen warten so großes stahlrohr die brauchen wir sowieso die anzeigen nehmen wir auch schon mit rüber genauso wie die motoren und alles andere was wir noch einpacken können muss ich nachher nur noch mal gucken wie ich das hinkriegt dass bei der boje die schrift wieder grün wird das hatte ich nämlich schon mal irgendwann ausprobiert und das hat nicht funktioniert so dann bauen wir da jetzt noch mal ein kasten drauf da kommen die stahlplatten dafür deswegen kann ich die man nicht bauen erst mal alles rüber 1000 sind vielleicht ein bisschen viel wenn man so das sollte von der höhe her reichen dann machen wir das so und so das waren die kittys sorry dafür dann müssen wir noch ein cockpit dran setzen na da liegt es wieder brauchen wir wahrscheinlich die interne panzerung dafür ja gut dann machen wir das aber erst mal anders dann bauen wir das hier erst noch mal ein bisschen breiter dass das cockpit hier komplett drauf passt 45 und schweißen das zusammen so das setzen wir da auch mal dran das lasse ich mal das werde ich später nämlich wahrscheinlich noch ein bisschen weg dröseln da mir ein landefuß zu wenig ist das wird ein bisschen mehr kriegen machen wir das so machen wir das so na und die seite auch nochmal das mit den lecks könnte auch daran liegen dass die folgen gerade rendern ich hoffe das wirkt sich nicht allzu drastisch jetzt noch im weiteren spielverlauf aus so schweißen wir das alles mal zusammen hier wenigstens wird es jetzt wieder hell na komm schon und dann setzen wir als nächstes das cockpit vorne hin so das passt wo haben wir das cockpit das haben wir hier auf der taste acht nicht auf der taste neun interne panzerung die hatten wir doch hier stellen wir auch gleich nochmal welche her und ein stück für den anfang und setzen das cockpit da hin und ein zwei container wird das ding wahrscheinlich auch noch kriegen damit ich erstmal ein bisschen uran mitnehmen kann so herstellungskomponente motor und anzeige und anzeige genau da kann man das auch schon mal schweißen computer interne panzerung und panzerklaas computer und interne panzerung was noch panzerklaas computer und hier ist das panzerklaas dann sitzt das cockpit schon mal da wo es sitzen sollte dann passt das schon mal und dann können wir auch noch gleich einen lüfter draufsetzen für sauerstoff lüfter der kommt nämlich da dran und da brauchen wir zweimal metallgerüst noch dafür haben wir das jetzt hier schon drüber geschippert ich glaube nicht doch zweimal und das passt gut so einmal drauf dann müssen wir jetzt hier noch ein paar glöcke dran setzen ein bisschen hässlich sonst aussieht aber das könnte zu schwer werden ich bin gerade aber überlegen wie wir das machen wenn wir einfach soll ja so leicht wie möglich werden das ding damit wir gar nicht viel energie brauchen dann schweißen wir das erstmal zu dann passt das schon mal erstmal kurz den helm aufsetzen halt zwei j und dann können wir nämlich hier den lüfter auf entlüften und siehe da wir sollten naja klar geht noch nicht weil wir noch kein strom haben das heißt wir bauen da jetzt noch eine solarzelle obendrauf machen wir die flügel am besten draus genau das heißt wir bauen hier jetzt noch ein paar glöcke an hier können wir das gyroskop reinbauen damit wir das ganze ding mit der maus steuern können genau so passt ein großes stahlrohr und zwei motoren einmal stahlrohr zweimal motor ja mist jetzt muss ich doch noch mal aufladen gehen unbedingt die krankenstation umbauen hier so eventuell wird die folge auch ein bisschen länger bis das flugzeug fertig ist das heißt hier werde ich jetzt eventuell über die 15 minuten drüber gehen da es ja nicht sonderlich groß ist und nicht mehr allzu lange dauern sollte bis es weg ist bis es fertig gebaut ist und einmal drauf das gyroskop und einmal zuschweißen dann würde ich sagen bauen wir da hinten noch die batterie direkt dran 20 energiezellen 20 energiezellen inventar leer machen und dann müssen wir eigentlich nur noch die energiezellen ich hoffe wir haben noch 128 energiezellen dann bauen wir einfach da oben ab weil hier brauchen wir das ja eigentlich eh nicht mehr das waren zwanzig ja komm nehmen wir sie solarzellen hier haben wir auch noch solarzellen wunderbar da müssen wir zwei stück bauen und die benutzen wir als flügel zumindest optisch gesehen so haben wir da dann können wir hier doch jetzt eigentlich auch die dings drauf bauen die solarzelle aber ich fürchte das klappt nicht nein oder doch wir brauchen nur herstellungskomponenten wahrscheinlich ging es deswegen nicht ja passt dann gucken wir mal ob wir die hier oben drauf ne das nicht dann setzen wir sie so hin und so und so Träger, Stahlplatte, Computer da muss ich hier drüben noch ein paar Träger dann abbauen genau da brauchen wir die blöden Träger und Solarzellen da muss ich hier oben doch das Ding wahrscheinlich abbauen Träger und Solarzellen und Solarzellen und und einmal drauf bitte und Panzerglas dann zweimal zweimal na da haben wir das Panzerglas und eins und zwei jetzt ist die Frage wie machen wir das am besten auf jeden Fall müssen wir nach hinten nochmal anbauen für die Triebwerke und machen wir einmal so dann ziehen wir noch ein bisschen nach hinten raus schweißen wir das auch schon mal zusammen so das passt jetzt müssen wir eigentlich den Lüfter anstellen können genau und Oxygen genau und Oxygen haben wir wunderbar die Batterie soll sich ne soll sich noch nicht aufladen dann schweißen wir das hier mal ab schweißen ab flexen ab das kann man auch weg flexen na komm schon aufpassen dass ich zu viel auf einmal weg flexe genau und jetzt können wir die Seite weg flexen na es nimmt Form an und da ist das Inventar voll das heißt wir schmeißen das einfach mal rüber dann können wir das hier auch wieder aufsammeln Metallabfall wo auch immer der jetzt gerade her kam ich dachte schon der hat die Batterie gefetzt und dann fliegen wir einfach mal hier oben drauf und flexen das auch zu ich glaube Triebwerksschaden habe ich an das heißt wir müssen wirklich aufpassen wie wir die Düsen bauen zwei stück sollten reichen dann könnte ich doch hier einfach mal ein Loch rein flexen und da dann kann ich hier schon mal das sieht aber scheiße aus nachher muss ich unter die Batterie setzen das setze ich unter die Batterie da sieht es besser aus dann machen wir das Loch später erstmal zu äh ne das war das falsche was ich weggeflext hatte ei 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 so hier ist die Batterie das heißt wir flexen hier einmal weg und hier auch nochmal dann können wir da nämlich die Atmospheric Thrusters rein bauen die kleinen warum auch immer das jetzt hier gerade nicht passt bin ich im Weg oder was ah ne wahrscheinlich kann ich die nicht direkt an die Batterie setzen gut dann muss ich das doch wieder zukleistern gut dann müssen wir das doch anders machen das kann ich so zulassen das kann ich so zulassen dann bauen wir erstmal mal in die Richtung 2 und in die andere Richtung brauchen wir auch noch welche die setzen wir dann da hin ne das ist nicht symmetrisch da muss ein bisschen Abstand nach vorne sein dann setzen wir das da hin ich sag's ja ich bin absoluter Neuling so und dann schweißen wir das und dann setzen die schon mal Stahlrohr groß Metallgerüst und den ganzen Kram das heißt wir zerlegen jetzt hier einfach mal ein paar Thrusters das sollte eigentlich reichen ich hoffe die bollern hier nicht runter mit der halben Stunde das wird doch nicht ganz hinhauen Thruster 1 ne der muss noch weiter rüber ich hätte ja auch den Symmetrie Modus nehmen können aber mit dem komme ich noch nicht so ganz zurecht wo ist er da so sollte es passen jetzt hoffe ich dass ich da auch richtig rum gesetzt hab genau hätte man vielleicht anders tauschen müssen von vorne nach hinten aber so geht's auch Hauptsache wir kriegen die Kiste erstmal in die Luft ne den setzen wir aber weiter nach hinten den setzen wir weiter nach hinten so sollte es passen ich glaub nach unten brauche ich keine Triebwerke sondern nur nach oben das heißt ich bräuchte jetzt nur noch nach links und rechts die ich noch setzen muss und hier zwei dann kommen hier die zwei hin nach links und rechts wie gesagt das ist nicht schön aber soll ja auch nur den Zweck erfüllen erstmal na jetzt einmal links und da muss dann noch einer nach rechts so zurecht schweißen dann schweißen wir den auch noch grad hin und da kommt der andere hin und da kommt der andere hin der kommt in die Richtung links rechts genau und dann schweißen wir die auch noch fertig und dann den Motor so das heißt doch 11 hier holen wir alle Motor ein Das heißt, wir haben nach oben, nach unten braucht man glaube ich nicht, vor und zurück, links, rechts. Dann bräuchten wir jetzt eigentlich nur noch die Landing Gears. Der soll ja leicht bleiben. Dann gucken wir mal, ob das so hinhaut. Fahrwerk ist es. Anders, nee, war doch richtig. Einmal, zweimal und hier vorne setzen wir noch eins hin. Es fängt schon wieder an zu ruckeln. Und eins weiter nach hinten bitte. Und dann schweißen wir das mal zusammen. Fürchterlich mit dem Gelegge. Weiß nicht, was das gerade ist. Einmal sorry dafür. Oh je. Ich glaube, ich mache jetzt hier erstmal einen kleinen Cut. Weil irgendwie will das hier. Ja, man muss immer erstmal drohen, dann geht es doch einigermaßen. Gut, die Folge ist eh gleich vorbei. Wir brauchen nur noch die Landing Gears. Vier davon. Und dann sollte es passen. So. Zack. Fuß Nummer zwei. Fuß Nummer drei. Aber ich glaube, ich muss oben das Ding auch nochmal. Nee, es passt. So, dann mache ich hier erstmal eine Pause. Weil wie gesagt, das ruckelt ja gerade wie Hölle. Warum auch immer. Ich glaube, ich muss den ganzen PC mal neu starten. Ich glaube, der Cache ist voll gelaufen. Ja, Schiff ist erstmal soweit gebaut. Und in der nächsten Folge werden wir wahrscheinlich noch einen Erdsensor dranhauen und mal einen Probeflug machen. Ich sage danke fürs Einschalten und bis zur nächsten Folge. Ciao.